Sind neue, KI-gesteuerte Sessionmusiker der Untergang aller Songwriter und Musikproduzenten? Finden wir es raus. Lass uns zunächst mal ein paar Kommentare unter meinen Videos zu Logics neuen Sessionmusiker durchgehen. Wo bleibt die Kreativität? Ich erkläre mich ganz klar zum Gegner von algorithmisch generierten Arrangements. Am Schluss wird alles mehr oder weniger gleich klingen. Siegeszug der KI gleich Todesstoß der Originalität. Wann wird der selber denkende und spielende Musiker überflüssig? Warum? Weil dieser nie so spielen kann wie ein echter. Software ist keine Lösung, lediglich für die, die immer die gleichen und stupide klingenden Beats wollen. Okay, wenn man sich das so durchliest, könnte man tatsächlich meinen, das Ende der guten Musik ist besiegelt und wir werden im Radio zukünftig nur noch KI-generierte Musik hören, die auch von KI-Musikern eingespielt worden ist. Übrigens, KI-generierte Musiker oder Sessionmusiker sind nicht unbedingt neu. Das gibt es schon seit ein paar Jahren, zumindest so ähnlich, wenn man zum Beispiel an das Produkt Band in a Box denkt. Aber für die, die noch gar nicht so genau wissen, was das eigentlich sein soll, erkläre ich dir jetzt die neuen Sessionmusiker in Logic Pro. Das gibt es aber auch in anderen DAWs oder in anderen Produkten. Ich habe hier eine Chord-Progression und da möchte ich gerne ein paar Sessionmusiker dazuspielen lassen. Die klingt so. Zunächst mal sind das hier nur meine Flächensounds und ich möchte jetzt ein bisschen so funky Drums dazu haben. Ich lade also hier Logic's Sessionplayer rein. In diesem Fall ist das der Drummer. Das gibt es in anderen DAWs mehr oder weniger auch oder du musst dir eben einen Plug-in von einem Drittanbieter holen. Ich habe hier den Drummer-Stil Funk-Rock ausgewählt. Ich gehe mal hier auf Erzeugen und kann jetzt hier meinen Drummer unten steuern. Ich kann die Fill-Stärke steuern, also wie viele Filz er macht. Ich kann verschiedene Pattern ausprobieren oder ich kann einfach gucken, ob das jetzt schon direkt passt. Und das machen wir gleich. Ich schneide den hier noch und dann geht's los. Gut, vielleicht ein paar Filz weniger und dann sollte es das schon sein. Und dann können wir gleich weitermachen mit dem Bass. Das ist also hier der Bass Sessionplayer. Hier kann ich aus verschiedenen Instrumenten jetzt auswählen. Ich lasse es mal so wie es ist. Schneide den auch wieder. Und hier möchte ich jetzt auch so eine Art Funk-Rock haben. Wir hören mal in dieses Preset hier rein. Ich habe hier schon meine Akkorde eingegeben. Die Akkordspur gibt es genauso auch in den meisten anderen DAWs. Das heißt, er folgt den Akkorden jetzt hier schon. Das passt nicht so ganz. Jetzt kann ich hier zum Beispiel aus verschiedenen Presets auswählen. Ich habe vorher schon mal was probiert, was besser passt. Und auch hier kann ich ihn wieder jetzt fein einstellen oder ich kann ihn auch direkt programmieren. Den Rhythmus spielen, den er spielen soll. Oder eben auch den Drummer folgen lassen. Hören wir mal jetzt rein. Das wird sich schon gar nicht schlechtern. Und dann hätte ich jetzt gerne noch ein Arpeggio dazu. Und dazu hole ich mir den KI-Sessionmusiker Keyboarder. Und ich kann jetzt hier einstellen, was ich gerne haben möchte. Und ich gehe dazu hier auf Arpeggios. Das habe ich schon voreingestellt. Ich kann auch nur Blockakkorde spielen lassen. Dann klingt es zunächst mal so. Okay, das Klavier passt jetzt nicht so ganz dazu. Und deswegen möchte ich hier einen Plug-Sound haben. Den habe ich hier schon vorbereitet. Der klingt so. Mir gefällt der Sound, aber es ist ein kleines bisschen zu langsam. Und deswegen lasse ich ihn hier einfach doppelt so schnell spielen. Wenn wir damit zufrieden sind, ist unser Arrangement jetzt schon fertig. Es ist also schon beeindruckend, wie schnell du in einem Arrangement arbeiten kannst. Und wie schnell dein Studiomusiker hier sich anpassen kann an dein Arrangement, an deine Chord-Progressions und so weiter. Und ich habe auch in meinem Mitgliederbereich eine komplette Masterclass, eine Live-Masterclass dazu gemacht. Und habe das einmal erklärt so ein bisschen. Und das meiste, das meiste Gefühl, was so für mich rüberkam, war so eine Mischung aus Grusel einerseits und Faszination andererseits. Also einerseits wurde gesagt, das ist schon überwältigend, wie schnell man damit arbeiten kann. Und dass sich so ein Musiker anpasst und dass du auch die Performance anpassen kannst und wie viele Breaks ein Drummer spielt und was für Figuren und ob ein Bassist Oktaven benutzt und so weiter. Und andererseits hieß es dann auch, naja, aber es ist schon irgendwie krass, weil ersetzt das jetzt nicht tatsächlich die richtigen Musiker, die in ihren Übungsräumen sitzen und ihrem Instrument üben, um vielleicht ihr Geld damit machen zu können. Das waren so die Gefühlsmischungen, die ich so mitbekommen habe. Und das Ganze besser zu verstehen, würde ich gerne eine kleine Exkursion mit dir machen. Und zwar möchte ich dir drei Beispiele geben, damit wir vielleicht besser einordnen können, warum jetzt hier die Aufregung so groß ist über KI-gesteuerte Musik. In unserem Fall jetzt hier über KI-gesteuerte Sessionmusiker, die zu deiner Performance dazuspielen können. Wir gehen mal los mit Beispiel Nummer 1. Mein Vater. Ja, mein Vater ist Oberstudienrat der Schulmusik und er hat damals in den 60ern studiert und er hat mir mal erzählt, dass sie dann, da ging es hauptsächlich um klassische Musik natürlich, vielleicht noch um Jazz. Und in den 60ern kamen ja die Beatles, Rolling Stones hoch, kam dann die Rockmusik, Rock'n'Roll Musik hoch. Und da hat er gesagt, sie haben sich das im Studium dann natürlich auch mal kurz angeschaut, aber auch da war das Geschrei groß und haben gesagt, das ist das Ende der guten Musik. Ja, die machen ja nur irgendwie einen Song mit vier Akkorden, das ist ja viel zu langweilig. Was für ein Chaos, das ist das Ende der Zivilisation, diese Rüpel hier, die können keine gute Musik machen und haben das dann wieder gelassen und sich mit ihrer Klassik beschäftigt. Und was ist jetzt hier, Jahrzehnte später, es gibt immer noch gute Klassikkonzerte oder Opernhäuser sind gefüllt und daneben existiert einfach auch die Rockmusik und die Popularmusik. Was ich damit sagen will, ist, alles Neue wird zunächst mal oder meistens immer argwöhnisch beäugt und erst mal schlecht geredet. Ich gebe dir noch ein zweites Beispiel, die 90er. Ich habe schon seit den 80ern Musik gemacht, in Bands gespielt und dann in den 90ern, ich werde den Moment nie vergessen, wo ich bei einem Kumpel in seinem Zimmer saß, vor seinem PC sind wir gesessen und der hat dann irgendwelche Loops in eine DAW damals gezogen, irgendwelche Beats und irgendwelche Basslines und irgendwelche Flächensounds dann drüber. Und dann war der Song da irgendwie so fertig und das war dann so die Zeit, wo Mr. President und diese ganzen Dance-Bands da hochkamen. Ich werde nie vergessen, wie ich da saß, bis die Kinnladerunde geklappt und ich habe gedacht, okay, dafür musst du ja gar nichts mehr können, weil er hat kein Instrument gespielt, er hat trotzdem irgendwie einen Song fertiggebracht und dachte mir auch, okay, das ist wirklich das Ende der guten Musik. Jetzt kann ja jeder irgendwie Musik machen, das ist ja total einfach und das werde ich jetzt als Band, werden jetzt die ganzen Bands sterben, die machen nur noch Musik am PC und wiederum Jahrzehnte später, was kann man sagen, nichts ist passiert, es gibt viel schlechte Musik, die hat es aber auch schon früher gegeben und es gibt diese Loop-basierte Musik, es gibt Dance-Musik, es gibt einfach mehr Genres, aber es gibt immer noch die gute alte Rockmusik, denke an ACDC, die haben jetzt glaube ich dieses Jahr gerade ihr letztes Konzert gegeben, falls es das letzte war. Diese Musik, die gute Musik oder auch Rockmusik oder handgemachte Musik wird sich immer durchsetzen, bin ich überzeugt davon, wird sich immer durchsetzen und diese Musik, elektronische und Rockmusik kann auch nebenher existieren. Beispiel Nummer 3, jetzt geht es ums E-Bike, also mal gar nicht um Musik. Ich war vor ca. 20 Jahren einer der Ersten, der sich so ein E-Bike gekauft hat, um zur Arbeit zu fahren, weil es ging zur Arbeit runter und von der Arbeit zurück immer hoch und da dachte ich mir, okay, mit dem Fahrrad ist vielleicht nicht so cool, möchte ich jetzt nicht 5 Tage die Woche machen, also habe ich mir ein E-Bike gekauft und ihr werdet mir nicht glauben, wie viel Hass mir da tatsächlich entgegengeschlagen ist. Also wenn ich einen Berg hochgefahren bin und die haben das gesehen, wurden mir teilweise hinterhergerufen, du Loser, das kann ja jeder oder es ist ja Betrug oder es ist gar nicht anstrengend, nur weil ich ein E-Bike hatte und dann in Batterie betrieben, also Fahrrad gefahren bin. Das heißt, auch das wurde erst, der Teufel hat gesagt, ja jetzt kann ja jeder irgendwie 70 Kilometer Radtour machen und man muss sich gar nicht mehr anstrengen und das wird ja alles total verweichlicht. Und jetzt die Frage ja nicht, gibt es keinen guten Radsport mehr, obwohl es E-Bikes gibt? Gibt es keine Tour de France mehr? Natürlich gibt es das immer noch, auch obwohl es E-Bikes gibt, okay? Es gibt übrigens auch sogar E-Bike-Rennen, was irgendwie ziemlich strange ist für mich, aber das jetzt nur nebenbei. Okay, also ein E-Bike, diese Batterie, die da hilft, der Motor ist ja auch ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel, um nach A, nach B zu kommen, aber das bedeutet nicht, dass gute Radsport deswegen, dass es den nicht mehr gibt. Das ist das, was ich damit meine und damit kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 3. Okay, nachdem ich jetzt viele negative und kritische Punkte über KI-generierte Sessionmusiker angesprochen habe, möchte ich jetzt in Teil 3 auch mal ansprechen, wie können wir diese KI-Musiker zu unseren Vorteilen nutzen, beziehungsweise welche Vorteile haben sie? Und da fallen mir auf Anhieb gleich mal drei ein. Erstens, man kann Sessionmusiker natürlich für seine Produktionen partiell nutzen. Das heißt, das mache ich immer. Ich mache es also nicht, wie ich es jetzt hier im Beispiel gezeigt habe, ganz am Anfang, dass ich einfach eine Struktur habe, eine Akkordstruktur und dann alles drunter packe und hier die Presets einfach mitlaufen lasse, sondern ich kann sagen, okay, ich kann jetzt zum Beispiel Gitarre spielen und ich kann selber einsingen. Dann kann ich also mit der Gitarre meinen Song einspielen und ich kann den einsingen und ich kann dann den Session-Bass-Player und den Session-Drummer drunter programmieren oder drunter mitlaufen lassen. Das heißt, ich mache mir das, was ich selber nicht kann, zu Nutze durch diese Musiker und das andere ist aber immer noch individuell von mir. Oder du kannst zum Beispiel Schlagzeug spielen und Gitarre, aber eben nicht Bass und Singen kannst du auch nicht. Dann spielst du dein Schlagzeug ein, dann spielst du deine Gitarre ein und nimmst für den Bass eben den Session-Musiker und lässt eine professionelle Sängerin dann deinen Song einsingen. Auch das mache ich schon seit Jahren. Vorteil Nummer zwei. Es ist natürlich eine riesige Chance und das kann man jetzt wirklich nicht leugnen für junge Musiker und Produzenten und auch Bands, die einfach nicht so viel Knete im Portemonnaie haben. Oder wenn du einfach gerne Alleinmusik machst und hast keine Band, machst es in einem stillen Kämmerlein, dir jetzt hier Studiomusiker dazu zu buchen plus noch ein Tonstudio und ein Mischer und ein Mastering Engineer, da wird ein Song schon mal schnell ziemlich teuer. Und da sage ich mir, wenn du deine Songs schreibst und Session-Musiker dafür benutzt, KI-Gesteuerte, dann ist es immer noch besser, wenn du die benutzt, als wenn du deinen Song gar nicht rausbringst. Wie der Amerikaner sagt, something is always better than nothing. Punkt Nummer drei. Session-Musiker können richtig Kreativ-Booster sein für dich, falls du einen Songwriters-Blog hast oder was auch immer. Zum Beispiel kannst du das vergleichen, wenn du jetzt wie früher im Band, im Proberaum, hast du ja auch, saß ich an den Drums und dann hat der Gitarristen Riff gespielt. Dann habe ich gesagt, hey, das klingt gut, das klingt gut. Ich habe hier einen Groove dazu und dann hat man das gespielt. Und genauso kannst du die Session-Musiker, die KI-generierten Session-Musiker auch benutzen als Kreativ-Booster. Dann sagst du eben deinem Schlagzeuger nicht, hey, spiel mal den und den Groove, sondern du lässt einfach ein paar Presets laufen und lässt dich dadurch inspirieren. Was ist jetzt also das Fazit? Ich möchte noch mal einen Kommentar vorlesen, den ich auch gesehen habe. Und da hat einer geschrieben, hey, jetzt kann ja jeder Hits schreiben mit dieser Software. Da muss man sich ja überhaupt nicht mehr anstrengen. Jeder kann Hits schreiben, das macht ja jetzt alles KI. Und dann bin ich doch neugierig geworden und bin mal auf seinen YouTube-Kanal gegangen, der sehr, sehr klein war. Ich habe aber erstaunlicherweise keinen Hit gefunden. Also wenn du behauptest, dass mit KI-Musik alles leichter wird und dass jeder Hits schreiben kann, warum hast du dann keinen? Das ist tatsächlich die Frage. Das heißt, so einfach ist es dann doch nicht. Und ich finde, teilweise wird das schon, wenn ich so frustrierte Kommentare durchlese, teilweise werden diese KI-Musiker dann schon als Ausrede benutzt, um einfach gar nichts mehr zu machen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Du musst eins bedenken, verantwortlich für deinen Song, für deinen Songtext, für dein Arrangement, bist immer noch du. Du bist Brain. Du bist der Mastermind von deinen Songs. Du kannst KI-Session-Musiker oder KI-generierte Elemente natürlich für deine Musik benutzen. Aber verantwortlich für schlechte Songs oder gute Songs, bist immer noch du selber. Natürlich, und das ist klar, wenn du einen Song machst, der nur aus Loops besteht, aus fertig vorgefertigten Loops, und du singst nur noch drüber, dann ist es natürlich klar, dass du austauschbar wirst, weil jemand anders benutzt vielleicht genau die gleichen Loops. Das ist aber dann deine eigene Schuld, wenn du austauschbar wirst. Wenn du von diesem KI-Session-Musiker nur Presets benutzt und da auch nur drüber singst und vielleicht noch eine kleine Melodie drüber spielst, ist die Gefahr auch wieder groß, dass jemand anders genau das Gleiche macht. Deswegen, bleib kreativ, arbeite an deinen Skills als Musiker, als Songwriter und sorge dafür, dass deine Songs deine Zuhörer mitreißen und emotional ergreifen. Das ist meine Meinung. Ich weiß, das Thema ist sehr kontrovers, deswegen würde ich jetzt gerne deine Meinung hören. Schreib mir mal bitte unten in die Kommentare, was hältst du von Logics neuen Session-Musikern? Was hältst du allgemein von KI-generierter Musik? Wie groß siehst du die Gefahr? Es gibt ja auch nicht nur von Logics solche Session-Musiker, das haben ja andere DAWs auch oder andere Software, aber was ist deine Meinung darüber? Wie wird das die Musikproduktion, wie wird das die Musikwelt verändern? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du ganz neu bist in der Musikproduktion, falls du mal gerne Songs schreiben möchtest, aber du weißt nicht so richtig, okay, welche Software soll ich eigentlich benutzen? Wo finde ich gute Session-Musiker? Keine KI-Session-Musiker, sondern richtige. Wo finde ich gute Software-Instrumente für meine Musikproduktion? Dann empfehle ich dir meinen PDF 10 Tipps für Musikproduktion. Da zeige ich dir Webseiten auf, wo du Session-Musiker finden kannst, wo du sie buchen kannst, welche DAW unter Umständen am besten zu dir passt und wie du deine ersten Steps in der Welt der Musikproduktion machen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepingt. Unbedingt runterladen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Sachen! Sachen! ern